Immer wieder zwei Kreuzbandrisse überstanden, einmal links, einmal rechts. Und man sieht, der Griff muss stimmen. Also da wird natürlich auch an dem Holm dann mit Sandpapier, Wasser und Magneser gearbeitet. Jede Tonerin hat dann ihren speziellen Griff und präpariert sich natürlich dann dementsprechend. Robert May, ihr Trainer, im Hintergrund gleich das Sprungbrett weg. Jetzt geht's los für Kim Buiv aus Stuttgart. Jäger gegrätscht. Erstes Flugelement. Packsalter zum unteren Holm. Haschnikauer zum oberen Holm wieder. Packsalter mit ganzer Drehung zum unteren Holm. Sehr, sehr schwer. Und Schapo mit halber Drehung, wo sie abgestiegen ist, jetzt sehr gut gemeistert. Sehr gut. Ist auch deutsche Meisterin im Übrigen doch gut geworden am Stufenbarren. Sehr gut sieht das aus. Hier nochmal der Gänger als Flugelement in Vorbereitung für den Abgang. Zucka hat auch einen schönen Husten gefunden. Ja, so kennen wir sie. Hier ein Uhrwerk. Verlässlich. Verziehen wir mal. 13,60 Punkte für die Übung. Gute Bewertung.